Willst du die Orangen an? Ja Hier ist grad relativ viel auf diesem Place los Wie findest du diese Leute man ey Ich spiel den ganzen Morgen schon, ich hab nicht einen von denen gefunden Ich bin einfach random nach Lobby gedroint Und hier ist schon wieder irgendwie Party Sag mir mal Bescheid, soweit der aussteckt oder nicht Nee, fährt die ganze Zeit rum und fährt ihn um Der Schiff hat keinen Explorer Fällt schon ein bisschen auf, wenn ich jetzt nur auf den gehen mach Also ich muss so einen Kalle töten Oder einfach den anderen auch schon auf und so Ach, jetzt macht der Schweier ein Bautier Ja, wenn wir den Pferd schon wieder den anderen rum bringen Mhm, sieht langsam so aus, als würde er jetzt den Schweier draus hängen lassen Mhm Boah, wird es nicht regnen, ne? Ja, wär's so angenehm zu fliegen Ich werde gesnipe von jemanden Ja, ich glaub das ist der Meister Ich fahr mal eben kurz die anderen Zwei noch hier ab Das ist auf jeden Fall irgendjemand außerhalb so Ich schau mal eben auf die Engel Guck mal Also der hellgrüne kann es nicht sein, der läuft mit einem Minigun durch die Gegend Der ist Der hellblaue hat dieser Risken-Power, glaub ich Der wird aber gerade von dem anderen umgeknutzt Echt? Ich helfe dir noch mal kurz Ja, jetzt ist die Lust Okay, er macht doch nichts an Wenn, dann hätte er noch mit der Marksmann geschossen Weil er Level 16 ist Also der hätte nicht viel machen können mit seiner Marksmann Der Lucifer läuft ja auch nur mit einer Laserminigun durch die Gegend Und schießt jetzt auf meinen Passivwagen Also der Wation Ich versuch die umzubringen Der WRZ, ich versuch die umzubringen Wie würde es nicht regnen in diesem Spiel? Gibt es da, dass ich geportet oder so? Genau hier vor dem Bohlenkarren fährt jetzt hier in die Ecke rein. Ich denke, in die Ecke fährt es. Ähm, ich glaube, es ist weg, ja. Ja, ja, ein bisschen, ja. Es tut mir jetzt schon leid, so irgendwie, ne? Schon, bitte. Versuch mal wegzufliegen, ob er dann irgendwie versucht, was hinterherzukommen oder ob er dann irgendwie sich entwettet oder so. Ich lasse ihn mal her, nach dem 10-0 oder so. Ich guck ihn mal so nach. Erst die E-Tank nutzen. Also das Bessere, das wäre mir jetzt nicht eingefallen in der Situation. Oh Mann, ey. Warte, ich schau mal, was für eine Kanäle der hat. Fühlen gar nicht ausgecheckt hier. 1-9-3. Jetzt töten die wieder zu zweit den Grün, ey. Also der Typ, der sieht auf jeden Fall aus wie so ein Schweineart. Jetzt töten die wieder zu zweit den Grün. Richtig assis, ey. Fahre den mal einfach so nach für mich enthält. Warte. Scheiss, ich kann ja nicht rausschießen. Fahre auszustellen. Ich glaub nicht, dass ich das lange überlegen habe. Ja. Save Godmode. Ich weiß es nicht, wie die Karall... Tut mir aus. Oh, was geht hier ab, Alter? Nein, nur noch, Alter. Och, Mann, ey. Der hat gar zwei, Alter. Wo steht denn das, Alter? Oh, das ist tot. Noch einer von denen ist draußen. Oh, bevor da wieder zurück in die Basis geht, Alter. Will zurück, die Basis, will zurück in die Basis, Alter. Ja, ist weg. So. Wie dumm sind die eigentlich, Alter? Das ist ein Crash im Boden, Alter. Das hat bei mir voll dumm aus. Och, mein Gott, dieser Spawn. Wo bin ich denn? Was macht der denn, Alter? Boah, ich hab den Kopf umgebracht. Jetzt hab ich gerade Drive angemacht, ne?